NDR 2 präsentiert Frise 1 an alle! Hier spricht Oma Rosi. So, was war's immer? Ja, Irene aus Plön lässt sich auf dem Flohmarkt immer übers Ohr hauen. Und jetzt fragt sie, Oma Rosi, hast du einen Tipp für mich? Ja, Irene, das gibt viele Menschen wie du, die handeln auf Flohmärkten mit der Abgezocktheit eines Rehkitzes, das das erste Mal in seinem Leben auf die taufrische Lichtung hüpft. Meine Freundin Ingeborg ist da auch Expertin. Rosi, Rosi, hier haben sie doch tatsächlich noch dies eine Rüberglass für deine Sammlung, das du schon seit Jahren suchst. Was kostet das? Was kostet das? Können wir das gleich mitnehmen? Ja, dann sagt er, die sind sehr begehrt. 1000 Euro. Ne, Arschlecken. Und deshalb gibt das auf dem Flohmarkt und überhaupt auf allen Märkten nur zwei Blicke, die man aber immer drauf haben muss. Erstens, der, was ist das für ein Scheiß? Ja. Selbst wenn du beim Stöbern in der Krabbelkiste einen original verpackten Goldbaden findest, solltest du das Teil angucken, als würdest du mit einem Bleistift in der Unterhose vom Badezimmerboden hochheben. Also ungefähr so. Oma, aber... Geht gleich noch was zum Mitüben. Was ist das für ein Scheiß? Ja, ich find's überzeugend. So, denn die Anti-Preisschock-Fresse. Viele Flohmarkt-Profis lassen sich ihr Gesicht mit Botox oder Bienengift lahmlegen. Da zuckt nix mehr. Aber auch dat kann man üben. Wart, ein Zehner? Guck mal. Der ist erschreckend. Jetzt pass auf. So guck ich auch in den Rückspiegel, wenn ich zum besoffenen Fahrgast sag. Auf 50 kann ich leider nicht wechseln. Oma... Warte. Oma, das kannst du doch nicht machen. Nein. Omi macht doch Spaß. Hm. b D